Halli, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saar aus Dessau mal wieder für euch. Und natürlich, nicht zu vergessen, liebe Widmi-Gemeinde, heute gibt es wieder ein Die Saar auf Reisen, Vlog 10, Berlin 2, wir fahren auf die Comic-Con. Viel Spaß! Viel Spaß! Willkommen auf der Comic-Con Berlin, wisst ihr, hier laufen so ein paar verrückte Nerds rum und das ist eigentlich gar nicht cool. Zum Wohl, ihr Lieben, abonniert sie! Sag Facebook, ihr Lieben, abonniert sie! Bis zum Wohl, ihr Lieben, abonniert sie! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das waren meine Erlebnisse von der Comic-Con 2017 in Berlin Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen und vielleicht kommt ihr ja nächstes Jahr auch einfach dahin Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell Alles klar, dann Tschüssi Tschüssi! Tschüssi!